Dicke Luft bei der albanischen Regierung. Eigentlich soll das Parlament des Landes hier den Haushalt für das Jahr 2024 verabschieden. Doch nicht alle sind damit einverstanden. Die Opposition will die Abstimmung verhindern, stapelt kurzerhand Stühle übereinander und zündet Rauchbomben im vollbesetzten Plenarsaal. Ihr Vorwurf, die sozialistische Partei, die die Mehrheit im Parlament hat, wolle die Opposition zum Schweigen bringen und regiere zunehmend autoritär. Dann bricht auch noch ein kleines Feuer aus, das aber schnell von Sicherheitskräften gelöscht werden kann. Chaotische Zustände, die am Ende aber nichts bringen. Nach einer kurzen Unterbrechung wird dann doch noch über den Haushalt abgestürmt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017